Wer ist für die Videopiraterie verantwortlich? Jemand hat sich mit moderner Technik für kurze Zeit in unser Sendesignal eingehackt. Der Vorfall wird von der Zulassungsbehörde und vom FBI untersucht. Was war das? Das muss sie nicht beschäftigen. Was weißt du darüber? Über den Sally Sparks Vorfall? Das war der unheimlichste, ungelöste Hack aller Zeit. Auch 15 Jahre später haben sie die Hacker immer noch nicht gefunden. Gehackte Sendeunterbrechungen sind ein sehr seltenes kulturelles Phänomen. Bei beiden Unterbrechungen ist jeweils eine Frau verschwunden. Warum interessieren sie sich so sehr dafür? Ich muss wissen, warum? Sie sind nicht mehr ganz dicht, mein Freund. Glaubst du, es gibt ein Muster und dass die Videos dir etwas sagen wollen? Aber ja. Aber du wirst nichts herausfinden. Irgendwo wollte diese Person der Welt aus bisher unbekannten Gründen etwas über genau dieses Medium mitteilen. Hörst du das? Ein Morse-Code. Sagen wir mal, dass jemand tatsächlich eine Botschafterin versteckt hat. Wollen Sie derjenige sein, der die Bedeutung entschlüsselt? James, wir sollten verschwinden. Und du dachtest, es findet niemand heraus. Aber ich habe dich gefunden. Verdammt! Ja, ich habe sie gesehen. Die gehen wahrscheinlich unter die Haut, nicht wahr? Wer, es ist nicht wahr? Mein Mann. Das ist nicht wahr. Untertitelung. BR 2018